Was ist denn, was ist denn das für ein Scheiß-Spiel? Pschiu, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, zu einem neuen Video, zu einem neuen Tag. Ist das nicht wunderschön? Ich könnte kotzen. Ich hab mich wieder auf verschiedenen Seiten rumgetrieben, hab zwischendurch durch ein paar russische Pornos geklickt und bin letztendlich bei diesem Spiel gelandet. Das nennt sich Gorilla Simulator und es ist ein wunderschönes, tolles Spiel. Wir spielen diesen abgrundtief, animalisch aussehenden, einfach grandios lookenden Gorilla. Ich bin, wir nennen ihn Bob und Bob kann folgendes. Bob kann Pupsi und Bob kann Fässer werfen. Und das ist es eigentlich auch schon. Das ist das Spiel. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen hoch, da wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Nein, natürlich ist das nicht alles, was das Spiel zu bieten hat. Das Spiel ist sehr viel umreicher. Bob kann zum Beispiel springen und Bob kann auch einfach hinfallen und sterben. Das ist so unglaublich. Ich meine, schau dir das an. Dead Engine. Ist das nicht super? Ich hab euch ja versprochen, dass heute eigentlich ein Simulator-Game kommen sollte. Letztendlich ist das nicht der Simulator, den ich spielen wollte. Den anderen verstörenden Simulator kann ich irgendwie erst wieder 26 Stunden spielen. Scheinbar hat das Spiel bestimmte Zeiten, zu denen man das so spielen kann. Ich weiß selber nicht, warum und welchen Sinn das hat. Welten Hintergrund, keine Ahnung. Aber da wird sich jemand was bei gedacht haben. Deshalb dachte ich, fahren wir doch hiermit ganz gut. Ich meine, dieser Gorilla Simulator ist doch einfach wunderschön. Und schau dir dieses Tier an, wie gottgleich es aussieht. Hintergrund dieser Geschichte ist, ich habe keine Ahnung. Ich hab das Spiel gerade einfach mal ganz kurz angespielt. Und hier steht, Stop, Mr. Gorilla. Your mission is to go to the city and kill every human you see. City this way. Das ist relativ obvious. Hier sind noch andere Gorillas. Ich kann, wie gesagt, mit Rechtsklick mit Fässern werfen, mit Linksklick pupsen. Mit R kann ich einfach sterben. Und, ja, das ist es auch schon. Ich weiß auf jeden Fall noch nicht, wie jemand darauf kommt, dass Gorilla Fässer werfen können. Ich habe bis jetzt noch nie gesehen, ich meine, dass ein Gorilla pupst. Das liegt ja noch relativ nah. Aber Fässer werfen, das ist dann doch irgendwie... Ja gut, jedenfalls können wir unendlich Fässer spammen. Und es gibt eine riesen Explosion. Und die Framerate droppt auf 1 Frame per Second. Weil diese Engine einfach so fucking gut ist. Und es gibt ganz viele laute Geräusche. Und das Spiel ist eigentlich komplett für den Arsch. Ich würde sagen, wir machen es mal auf in die City. Weil hier hinten kann ich irgendwie nicht viel machen, außer rumpupsen. Und meine Gorilla-Kollegen mit Fässern bewerfen. Was die aber auch nicht großartig juckt, weil sie einfach nicht sterben wollen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach Richtung Stadt. Und schauen wir mal, was da so gebacken ist. Also das Angenehme an dem Spiel ist auf jeden Fall, dass es eine Sprintfunktion gibt. Dass es überhaupt nicht 10 Minuten braucht, bis man dieses Haus da hinten erreicht hat. Das ist einfach wahnsinnig toll. Das macht unheimlich viel Spaß. Zwischendurch können wir vielleicht nochmal pupsen. Super geiles Spiel auf jeden Fall. Das ist echt so gut durchdacht. So Leute, nach ganzen 5 Minuten habe ich es dann tatsächlich mal geschafft, in der Stadt anzukommen, weil die Sprintfunktion so unheimlich gut ist. Was können wir jetzt machen? Wir können uns beispielsweise an dieses Haus stellen und pupsen. Das ist wunderschön und super toll. Und da hinten war nochmal ein Text, den ich irgendwie überlesen habe. Scheinbar oder der scheint einfach da hinten durch. Ist ja auch egal. Wir sind auf jeden Fall in dieser wunderschönen Stadt. Und scheinbar gibt es ja menschliche Lebewesen, die es zu töten gilt. Ich weiß nach wie vor nicht, warum sich manche Leute Gedanken machen und solche Spiele entwickeln. Da ist auf jeden Fall ein Fass. Das ist sehr interessant. Vielleicht können wir mal gucken, was da passiert. In den Häusern wachsen auch Blumen. Das ist schön. Da kann man auch Sachen reinwerfen. Und ich bin gestorben. Also die Menschen auf jeden Fall in dieser Stadt scheinen nicht ganz so glücklich zu sein. Das ist auf jeden Fall eine nette Kleinstadt, würde ich sagen. Was ist mit dir? Was ist mit ihm? Der sieht aus wie einer von Dead Edelweiler. Von den Klamotten her. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesen... Wisst ihr, wenn ich sowas spiele, komme ich mir einfach wirklich dumm vor. Ich verstehe nicht, wo der Unterhaltungswert daran liegt. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Gut, wir machen jetzt mal, worauf wahrscheinlich alle warten. Und wir werfen einfach mal Fässer auf die Ampassanten. Wir gucken einfach mal, was passiert. Alles klar, wenn ein Fass jemanden berührt, wird er zum Gorilla. Seems legit, aber... Ey, mal ganz ehrlich... Das ist wirklich der größte Scheiß, den ich jemals gespielt habe. Waaah! Hä? Hä? Wir können jetzt mit 1 Gorilla spawnen. Aus dem Boden. Das ist... Wow. Es ist einfach... Klasse. Ich bin Terminator! Ich werde Terminator! All die Menschen auf dem Planeten! Ich werde euch alle Terminieren! Ich werde nicht alles tun! Ich bin Terminator! Geht regt bei Fassbombe! Okay. Ich denke mal... Das wäre der erste Mensch, den wir jetzt anfurzen können. So. Einmal drehen. Aber es juckt ihn einfach gar nicht. Das... Geht regt! Geht regt! Ich denke doch mal, wenn wir jetzt einfach ganz viele tote Gorillas spawnen und vielleicht genügend Fassbomben, so wie Menschen, haben wir vielleicht die wunderschöne Möglichkeit, das Spiel zum Absturz zu bringen, damit ich endlich in Ruhe meinem normalen Leben nachgehen kann. Wir sind auf jeden Fall gerade aber schon bei 20, bei 16 FPS, 14 FPS, okay. Jetzt noch ein paar Explosionen da rein. Ich glaube ja, 9 FPS, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Sehr grundsolide Engine, muss man hier schon dazu sagen. Ich muss mich auf jeden Fall für den Entwickler aussprechen, dass es sehr gute Aufklärungsarbeit hier geleistet worden ist. Da oben der Typ hängt einfach in dem Fenster drinne. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall das Ziel des Spiels mehr als nur erfüllt und können uns jetzt entspannt zurücklegen und sehen, wie die Welt auf dem Planeten der Affen in Chaos versinkt. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall, wenn ihr mehr tolle Simulatoren haben wollt und mein eigenes Simulator-Spiel, was ich bestimmt 2020 mal rausbringen werde, spielen möchte, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da. Ich hoffe, morgen gibt's dann diesen verstörenden Simulator. Ich hab's ja lang genug angekündigt, Freunde. Ich geh auf jeden Fall mich jetzt von diesen Chaos-Bildern mal erholen. Das ist ja wirklich ein Bild des Grauens, was hier abgeht, Leute. Und ich kann dieses Geschrei nicht mehr. Wahrscheinlich würde es mich in meinem Schlaf verfolgen. Macht aber nichts, das tue ich gerne für euch, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich bin jetzt hier raus. Ich kann das nicht mehr, macht's gut. Tschüss.